Herzlich willkommen zur B-Version des Chirurgie-Appetizer-Videos Nummer 47 zur Karottestenose. Ich hatte vor knapp vier Stunden das Originalvideo hochgeladen und erhielt eine Zensur, Altersbeschränkung ab 18 Jahre, zu ihrem Schutz. Das macht es natürlich lästig und das Video kann nur angesehen werden, wenn man dann eingeloggt ist und auch bewiesen hat, dass man also schon volljährig ist. Und aus diesem Grunde habe ich das Video jetzt selber noch einmal zensiert, also alle OP-Bilder verpixelt, verzerrt. Der Text bleibt der gleiche und die paar OP-Bilder, die sind eben weg. Und wenn Sie sich einloggen, können Sie ja das normale Video trotzdem noch ansehen. Ich hoffe, dass Sie es jetzt ein paar mehr anschauen. Vielen Dank für Ihre Geduld und bis demnächst. Herzlich willkommen zum 47. Chirurgie-Appetizer, die Karottestenose. Wieder ein wichtiges Thema und Sie haben Glück, auch unsere Gefäßchirurgen haben Interesse an der Lehre. Und ich habe kürzlich in der OP-Umkleide einen Kollegen kennengelernt, den Dr. Julio Cesar San Martin-Ela Curiaga, der sich für die Karottestenose und die Lehre interessiert. Und wir haben uns zusammengesetzt und mal dieses Thema basierend auf der Leitlinie aufgearbeitet. Viel Spaß beim Schauen. Sie lernen hier etwas über die Epidemiologie der Erkrankung und die pathophysiologische Bedeutung. Und Sie lernen etwas über die Therapie Karottes Operation versus Karottes Stent, Operation Karottes End Arterectomie und das Karottet Artery Stenting. Und Sie lernen etwas über die unterschiedlichen Operationsverfahren der Karottes End Arterectomie und da sollten sich die Schlagworte End Arterectomie versus Eversionsplastik merken. Leitlinie Leitlinie Die Leitlinie, deutschsprachige Leitlinie der AWMS, ist diese, Eckstein und Kollegen 2020, S3-Leitlinie zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge der extrakraniellen Karottes Stenose. Und extrakraniell ist hier das wichtige Stichwort. Es geht also hier um die Karottes Stenosen, die im Bereich der Karottes Interna außerhalb des Schädels lokalisiert sind. Es gibt auch intrakranielle Karottes Stenosen, die kann man natürlich nicht so gut durch Ausschälen der Arteriosklerotischen Plaques behandeln. Deshalb ist das hier nicht Thema. Häufig sind aber eben diese Stenosen im Bereich der extrakraniellen Karottes und da hat die Gefäßchirurgie halt einen sehr hohen Stellenwert, weil die dort helfen kann mit diesen Operationen und Interventionen. Zur Definition Wir sprechen hier also über die Einengung, die Stenose der Arteria Karottes Interna durch Arteriosklerotische Plaques. Und mit diesem hier rechts stehenden Schema werden wir uns das dann gleich die ganze Zeit anschauen. Und Sie kennen ja die Unterscheidung der Karottes Externa und der Karottes Interna in echt und hier im Schema. Die Karottes Interna hat extrakraniell keine Gefäßabgänge und die Arteria Karottes Externa schon. Und die haben Sie damals alle in der Anatomie wahrscheinlich mit unterschiedlichen Merksprüchen auswendig gelernt. Wiederhole ich jetzt hier nicht. Pathogenese Kurz etwas zur Pathogenese und der Bedeutung dieser Karottes Stenosen. Arteriosklerotische Veränderungen der Arteria Karottes führen zu Stenosen oder Verschlüssen der extrakraniellen Arteria Karottes. Und das kann zur zerebralen Ischermie, zum Schlaganfall führen. Und in etwa 15% ist eine Karottes Stenose die Ursache für eine zerebrale Ischermie. Deshalb wird bei Patienten mit Schlaganfall dann auch immer geschaut, mit einem Karottes Doppler, ob eine Karottes Stenose der extrakraniellen Karottes vorliegt. Auch retinale Durchblutungsstörungen können durch eine Karottes Stenose bedingt sein. Auch TIAs, also die transitorische ischämische Attacke und das Vollbild des karottesbedingten Schlaganfalls. Und das Risiko eines karottesbedingten Schlaganfalls bei klinisch asymptomatischen über 50%igen Stenosen beträgt ca. 1-2% pro Jahr. Kurzer Exkurs in die Ursachen ischämischer Schlaganfälle, kardioembolisch ca. 20%, makroangiopathisch arterioarteriell ca. 25%, mikroangiopathisch 25%, unklare Genese 25% und andere seltene Gründe 5%. Und bei den makroangiopathischen arterioarteriellen Ursachen kann man wiederum unterscheiden die extrakraniellen Stenosen, die wir eben schon besprochen haben, kurz, und die intrakraniellen Stenosen. Und bei den extrakraniellen, da gibt es natürlich Stenosen bei der Karottes und der Vertebrales. Und intrakraniell können die Vertebrales, die Karottes, die Basilaris und die Cerebrimedia ursächlich stenosiert sein. Naja, und hier in diesem Appetizer geht es natürlich um die Gefäßchirurgie, um die Arteria carottes und hier um die extrakraniellen Stenosen. Nur so als Einordnung, wo wir uns hier befinden und welches partielle Gebiet der ischämischen Schlaganfälle hier durch den Gefäßchirurgen mit bearbeitet werden kann. Kurz ein bisschen was zur Häufigkeit. In Deutschland sind es ungefähr über 200.000 ischämische Schlaganfälle pro Jahr. Österreich 25.000. Wenn man jetzt davon 15% rechnet, Karottes-assoziierte ischämische Schlaganfälle, kommen wir auf etwa 30.000 ischämische Schlaganfälle durch Karottestenose in Deutschland pro Jahr. Und in Österreich immerhin 3.750, wenn man das so berechnen möchte. Welche Diagnostik ist jetzt erforderlich, bevor wir uns jetzt um die Therapie kümmern können? Zunächst einmal wird die vermutete Stenose dargestellt bzw. bestätigt. Und da ist das wichtigste Verfahren die Duplex-Sonografie und zwar die FKDS, Farbkodierte Duplex-Sonografie. Also so eine Sonografie, wo ein Farbdoktplan mit dabei ist und wo die Strömungsverhältnisse in der Arteria Karottes gemessen werden können. Basierend darauf ist dann auch die Graduierung, also die Einschätzung des Ausmaßes, des Grades der Stenose möglich. Und das soll leitliniengemäß durch einen erfahrenen Untersucher gemacht werden. Alternativ schlägt die Leitlinie vor, gegebenenfalls eine MR-Angiografie oder eine CT-Angiografie durchzuführen, wenn das unklar ist, wie das Ergebnis der FKDS ist. Also dann muss man weitere, weniger untersucherabhängige Verfahren bemühen, wenn man Zweifel an der Wertigkeit dieser Einschätzung der Stenose hat und das genauer objektivieren möchte. Weiter braucht man neurologisches Konsil, eine Unterscheidung der asymptomatischen vs. symptomatischen Stenose. Also das braucht eine fachärztliche neurologische Untersuchung. Und gegebenenfalls dann auch noch die Schnittbildgebung des Hirnparenchyms mit CT oder MRT. Denn bei Nachweis einer y-lateralen stummen Ischämie gilt auch die Karottes-Stenose als symptomatisch. Und das ist entscheidend, die Unterscheidung zwischen asymptomatisch und symptomatisch, weil basierend auf dieser Unterscheidung Unterschiede sind hinsichtlich der Indikationsstellung. So, kommen wir jetzt zu den Operationsindikationen. Hier eine vereinfachte Darstellung. Symptomatische Karottes-Stenose und asymptomatische Karottes-Stenose kann beides eine Indikation darstellen. Bei der symptomatischen Karottes-Stenose kann man 50-99%ige Stenose als Kriterium hernehmen. Und als symptomatisch gilt, wenn der Patient entweder eine retinale Ischämie hat, eine TIA oder einen Hirninfarkt, der nachweisbar ist in der Schnittbildgebung. Bei asymptomatischen Karottes-Stenosen ist man etwas weniger großzügig, was den Stenosegrad angeht. Da wird erst ab 60%iger Stenose operiert. Und vorliegen eines zusätzlichen Risikofaktors. Jetzt fragen wir uns, was für Risikofaktoren kommen denn da in Betracht? Was sind denn diese Risikofaktoren? Es geht ja darum, dass bei der asymptomatischen Karottes-Stenose eine karottesbedingte zerebrale Ischämie verhindert werden soll. Und es sind bestimmte Kriterien, Risikofaktoren identifiziert, bei denen die karottesbedingte zerebrale Ischämie dann häufiger, also bevorzugt, als Risikofaktor auftritt. Und diese Risikofaktoren, die das bedingen, sind kontralaterale TIA oder Hirninfarkt. Also auf der Gegenseite ist Ischämie vorhanden. Und dann überlegt man sich, ob man die ipsilaterale Seite, also da, wo die Karottes-Stenose gefunden wurde, operiert wird. Männliches Geschlecht. Klinisch stummer ipsilateraler Hirninfarkt. Rasche Progression des Stenosegrades. Plaggröße über 80 mm². Das kann man im CT ausmessen. Dann überwiegend echoarme Plags im Ultraschall. Nachweis von Einblutung in den Karottes-Plag im MRT. Mikroemboliedetektion mit der Methode der transkraniellen Doppler-Sonografie. Also da wird durch den Schädel ein Doppler gemacht. Mit dem Doppler geschaut, ob dort Mikroembolien ankommen. Und eine reduzierte Vasomotorenreserve. Die CO2-Reservekapazität. Und diese Faktoren können dann mitbedingen die Operationsindikation bei der asymptomatischen Karottes-Stenose. So ist es zumindest in der Leitlinie hinterlegt. Machen wir uns noch mal Gedanken über das Therapieziel. Bei allen möglichen Operationsindikationen und natürlich auch bei Medikamentenverordnungen. Sollte man sich immer fragen, was ist denn jetzt eigentlich mein Ziel bei dieser Maßnahme? Was möchte ich erreichen? Und das Therapieziel bei der Therapie asymptomatischer Karottes-Stenosen ist natürlich die Prävention des Karottes-bedingten Schlaganfalls. So und jetzt kommen wir zu den Therapieverfahren. Grundsätzlich unterscheiden wir die operative Therapie mit der Karottes-End-Arteriektomie von den endovaskulären Verfahren, dem Karottes-Arterien-Stenting. Wobei das häufig auch in der Hand der Gefäßchirurgen ist, die ihr Fachgebiet ja zunehmend in die interventionelle endovaskuläre Richtung verändern. Beginnen wir mit der operativen Therapie der Karottes-End-Arteriektomie. Schauen wir uns zunächst die Karottes-End-Arteriektomie an und den Wiederverschluss der Arteriotomie mit Naht. Hier im Schema, im Längsschnitt durch das Gefäß, hier angedeutet die Karottes-Arteriosklerotischen Plaques und dann das Gefäß, wie es von außen aussieht. Und dann wird eine Arteriotomie gemacht nach Freilegung der Arteria Karottes am Hals. Dann erfolgt das Ausschälen der Arteriosklerotischen Plaques, die sogenannte End-Arteriektomie. Und dann der Wiederverschluss der Arteriotomie mit Gefäßenaht. Und Sie sehen auch gleich den Nachteil dieses Verfahrens. Die Naht führt wieder zur Einengung des Gefäßes, wieder zur Stenose. Und das ist natürlich blöd, weil wir ja eine Stenose behandeln wollen. Ist natürlich schlecht, wenn wir wieder eine Stenose machen. Und aus diesem Grunde macht man das folgende... Eine Karottesend-Arteriektomie mit Patch-Plastik. Also man macht keine direkte Naht der Arteriotomie, sondern man macht eine Erweiterungsplastik, eine sogenannte Patch-Plastik, indem man einen Patch dort aufbringt. Das ist so ein Flicken, der dort eingenäht wird. Und da kann man verschiedene Materialien nehmen. Vene, Rinderperikard, Dacron, PTFE, Polyurethan, verschiedene Materialien. Und am besten ist laut Studienlage, die wir Ihnen nachher noch zeigen werden, der Rinderperikard-Patch. Jetzt kommt die Karottes-Eversionsplastik. Das ist ein von der Natur her etwas anderes Verfahren. Da wird eine quere Transaktion der Arteria carotis interna gemacht, an der Carotis-Gabel. Dann wird per Eversion die Carotis interna ausgekrempelt. Und in diesem Zuge der arteriosklerotische Carotis-Plug ausgeschält. Und dann erfolgt die Re-Anastomisierung der Arteria carotis interna mit der Carotis-Gabel. Und so ist die normale Anatomie wiederhergestellt. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, aber das ist Einzelfällen, selten in Einzelfällen vorbehalten, den Carotis-Ersatz durchzuführen mit einer Gefäßprothese. Da wird das betroffene Gefäß mit der Stenose resiziert. Und dann das Interponat platziert und eingenäht. Aber das ist jetzt kein so Standardverfahren. Also merken sollten Sie sich die Carotis-Entarterektomie mit Patch-Plastik. Und eben die Eversionsplastik. So, jetzt zeige ich Ihnen ein paar intraoperative Bilder von einer Carotis-Eversions-Entarterektomie. Schöne Bilderserie. Hier sehen wir, wie schon zwei Spreizer eingesetzt sind. Schnitt am Vorderrand des Musculus sternocleidomastoidius. Muss gar nicht mal so lang sein, ein paar Zentimeter. Und dann Freilegen der Gefäßnervenscheide. So, jetzt erfolgt das Freilegen der Arteria carotis. Wir sehen hier schon die Arteria carotis externa, identifiziert an ihren extrakraniellen Gefäßabgängen, die dort zu erkennen sind. Und angezügelt. Und wir sehen die Arteria carotis interna, um die es ja hier geht. Und die Arteria carotis communis. Jetzt sehen wir hier, wie mit Gefäßklemmen alle drei Gefäße interna, externa und communis ausgeklemmt sind. Und dann erfolgt das Abtrennen der Arteria carotis interna im Bereich der carotis Gabel. Wir schauen jetzt hier rechts im Bild, oder eigentlich genau in der Mitte, in die carotis interna hinein, wo wunderschön diese gelblichen arteriosklerotischen Plaques zu erkennen sind, die das Gefäß deutlich stenusieren. Und jetzt erfolgt durch Auskrempeln der Arterie schrittweise die Entarteriektomie. Durch Eversion des Gefäßes wird hier dieser Plaggzylinder aus dem Gefäß herausgezogen. Und dann erfolgt die Reanastomisierung der Arteria carotis interna mit der carotis Gabel und die normale Gefäßanatomie am Hals ist wiederhergestellt. So ist das ein sehr physiologisches Verfahren, diese Eversionsplastik. Ein Thema ist noch, was ist mit der Gefäßversorgung, mit der Blutversorgung des Gehirns während des Eingriffs. Da ist immer mal wieder diskutiert worden, ob man während des Eingriffs einen Stent platzieren muss, so ein Röhrchen, über das die Gefäßsituation überbrückt wird. Allerdings ist das in der Regel nicht erforderlich. Karotis Operationen werden heute häufig in Lokalanästhesie durchgeführt. Der Patient bekommt auf der Gegenseite ein Quietscheendchen in die Hand und wird aufgefordert, während der Maßnahme zu quietschen. Und daran sieht man dann, dass das Gehirn normal arbeitet und der seine Hand normal ansteuern kann. Und das ist eine Möglichkeit, um die intakte Hirnfunktion während der Operation zu überprüfen. Eine Stentüberbrückung funktioniert auch nur bei der Patchplastik. Da kann man während des Patchplatzierens einen Stent einlegen. Die Stentplatzierung an sich ist allerdings auch wieder mit Komplizikationen verbunden. Deshalb operiert man heutzutage meistens ohne Stentüberbrückung. Hier sehen wir jetzt noch den ausgeschälten Plaggzylinder, der aus der Arteria carotis interna jetzt herausgezogen ist und hier wunderschön auf der Pinzette aufgespannt ist. So, jetzt kommen wir noch kurz zum endovaskulären Verfahren, zum Carotis Arterien Stenting. So ein Carotis Arterien Stenting wird oft im Hybrid-OP durchgeführt, wo man operieren kann und auch Interventionen machen kann. Diese speziellen Operationssäle sind ausgestattet mit einer Angiographie-Einheit, mit der man die Durchleuchtung durchführt. Und dann wird chirurgisch eine Leistenschleuse in der Leistenarterie platziert, großlumige Schleuse, über die dann das System endovaskulär eingebracht wird. Dann kommen wir also gegen den Blutstrom dort in die Arteria carotis hinein und dann wird dort unter angiographischer Kontrolle der Stent platziert, anmodelliert und freigesetzt. Und wie das dann jetzt in echt aussieht, zeigen wir Ihnen in einer Bilderserie. Das ist jetzt hier so ein Beispiel für ein Carotis Arterien Stenting. Und Sie sehen hier ein typisches Bild einer digitalen Subtraktionsangiografie. Das sind diese typischen grauen Bilder, wo ganz sehr schön gut erkennbar schwarz die Gefäße hervorgehoben sind. Und das funktioniert durch Subtraktion eines Nullbildes von dem Bild, wo dann das Kontrastmittel intraarteriell appliziert ist. Sie erkennen hier ganz klar die Arteria carotis communis, dann die Carotis externa, wie Sie jetzt wissen zu erkennen an den extrakraniellen Abgängen, und die Arteria carotis interna, die dann mit dem Carotis siphon im Schädel verschwindet und dann im Anschluss auch noch die intrakraniellen Gefäße kontrastiert. Und Sie erkennen hier die Carotis stenose, eine kurzstreckige, aber ziemlich enge Carotis stenose, knapp hinter der Carotis gabel im Bereich der Carotis interna lokalisiert. Auch hier können Sie das nochmal sehen. Man blendet dann immer ein, das ist Strahlenschutz. Es ist immer ganz wichtig, dass die Bilder eingeblendet werden, sonst gibt es Ärger von den strahlenden Aufsichtsbehörden, die diese Bilder gelegentlich kontrollieren. Und hier ist wieder noch einmal für Sie eingezeichnet, die Carotis stenose, die jetzt durch Carotis arterien stenting behandelt werden soll. Hier sehen Sie, wie in die Gefäße, jetzt im nicht subtrahierten Bild, bereits das Besteck, also dieses System, dieser Angiographie-Katheter eingebracht ist. Jetzt sehen Sie, wie hier schon der Stent platziert ist, im nicht subtrahierten Bild, schön zu erkennen. Und hier sehen Sie im Bild mit der digitalen Subtraktionsangiografie auch nochmal andeutungsweise den Stent, der hier die Stenose schon schön behandelt. Also ist es keine Stenose mehr zu erkennen. Die Stenose wird weggedrückt durch diesen Stent, der Radiärkräfte hat, also nach außen drückt. Hier nochmal im nicht subtrahierten Bild sehen Sie, wie in der Linksseitenansicht der Stent dort im Bereich der Arteria-Carotis interna platziert ist. So, jetzt noch eine kurze Ergänzung, eine etwas moderne Methode. Trans-Carotid Arteria Revascularization, T-Car. Das ist eine Methode, mit der man zusätzlich während des Carotis-Stenting versucht, Embolisationen zu vermeiden, zu verhindern, durch passagiere Umleitung von Blut aus der Carotis in die Vena femoralis. Und zwischengeschaltet wird dort so ein Filter, damit wir nicht Emboliematerial, Plaks, Carotis, Plaks, Arteriosklerotische Plaks oder Gerinnsel dann über die Vena femoralis verschleppen. Das wäre ja genauso schlecht. Und deshalb ist dort so ein Filtersystem eingebaut. Und durch diesen Filter wird das Blut gefiltert und kommt dann in die Vena femoralis. Und oben hat man bei der Arteria-Carotis dann ein vermindertes Risiko für Embolisation. So, und jetzt noch der Nachschlag für die chirurgisch besonders Interessierten. Der Blick in die Literatur. Wichtige Arbeiten aus der Chirurgie der Arteria-Carotis. Die Everest-Studie, prospektiv randomisierte Studie Eversions-Endarterektomie, Sie wissen jetzt, was das ist, versus Standard-Endarterektomie. 1.353 Patienten mit Carotis-Stenose randomisiert zur entweder klassischen Endarterektomie mit Patch oder Eversions-Plastik. Ergebnis, Eversion ist sicher, schnell und hat eine niedrige Komplikationsrate und es bestehen keine Unterschiede hinsichtlich der Reh-Stenose-Rate. Also da ist die Gleichwertigkeit der beiden Methoden gezeigt worden mit dieser prospektiv randomisierten Studie. 1998 schon publiziert. Weitere wichtige randomisierte Studie zur Carotis-Chirurgie, die randomisierte Studie Vollnarkose versus Lokalanästhesie bei der Carotis-Chirurgie, General Anästhesie versus Local Anästhesie, GALA-Studie. 3.526 Patienten mit symptomatischer oder asymptomatischer Carotis-Chirurgie aus 95 Zentren in 24 Ländern randomisiert. Zu entweder Vollnarkose oder Operationen in Lokalanästhesie. Primäre Ergebnisvariablen waren das Auftreten eines Schlaganfalls, einer retinalen Ischämie, eines Myokard-Infarktes oder des Todes in den ersten 30 Tagen. Und da war in Bezug auf beide Verfahren Vollnarkose versus Lokalanästhesie kein Unterschied, keine Signifikanz und somit Gleichwertigkeit der Verfahren. Eine Cochrane-Meta-Analyse ist ja auch immer interessant anzuschauen. Meta-Analysen randomisierter Studien. Da ist untersucht worden, wie die unterschiedlichen Patches bei der Carotis-Patch-Plastik funktionieren, wie gut die Ergebnisse da sind. Und es wurde unterschieden zwischen Venen-Patch, Kunststoff-Patches mit PTFE oder Dacron und Rinderperikad. Da wurde herausgefunden, dass kein Unterschied bezüglich Auftreten eines y-lateralen Schlaganfalls stattfindet bei Vene- und Kunststoff-Patches. Das PTFE besser ist als Dacron hinsichtlich Schlaganfall, TIA, Restenose-Rate und Verschlussrate. Dass aber bei den Venen-Patches häufiger Pseudo-Analysmata entstehen im Bereich des Patches. Der latscht einfach aus durch den arteriellen Druck, der ja weiterhin auf dem Carotis-Gefäß ist. Und dass das Rinderperikad das Risiko eines perioperativen fatalen Schlaganfalls und der Infektion deutlich reduziert. Das ist natürlich klar, das ist kein Kunststoffmaterial. Und solches biologisches Material neigt weniger dazu zur Keimbesiedlung und Infektion. Problem wurde genannt, die zu geringe Anzahl an Events für endgültige Schlussfolgerungen. Und diese Studie folgerte, dass mehr Daten und mehr Studien benötigt werden, wie so oft. Jetzt noch eine weitere Network-Meta-Analyse. 23 randomisierte Studien, 4.440 Patienten eingeschlossen. 7 verschiedene OP-Verfahren und Materialien zum Verschluss der Arteriotomie nach Carotis-TEA. Betrachtet der Nahtverschluss, die Eversionsplastik, Venen-Patch, PTFE, Dacron-Patch, Rinderperikad-Patch und Polyurethan-Patch. Und das Ergebnis ist, dass die geringsten Nebenwirkungen und Komplikationen entweder bei der Eversionsplastik stattfinden oder bei der Verwendung des Rinderperikad-Patch. Und aus diesem Grunde sind diese beiden Verfahren inzwischen als Standard etabliert. So, das war es auch schon zur Carotis-Tenose. Sie wissen jetzt, dass das Ziel der Therapie von asymptomatischen Carotis-Tenosen die Prävention zerebraler Ischämien ist. Sie wissen, was eine CEA, Carotis-Entarterektomie, und was eine CAS, ein Carotis-Arterien-Stenting ist. Und Sie wissen, dass die Eversionsplastik und die CEA mit Rinderperikad-Patch nach Datenlage die beiden aktuell besten Verfahren darstellen. Ja, der 47. Chirurgie-Appetizer. Insgesamt sind es jetzt also 46 plus 1 Videos. Gesamtspielzeit 18 Stunden 44 Minuten 44 Sekunden. 90.746 Aufrufe insgesamt. Bitte flott klicken, dass wir auf die 100.000 kommen. 4.442 Likes haben Sie dargelassen. Dank dafür. Und es sind 2.602 Abonnenten. Ja, der 47. Chirurgie-Appetizer ist da. Vielen Dank fürs Schauen. Bitte liken, abonnieren und kommentieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.